Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Die linken Verleumdungstruppen befinden. Letzte Woche hatten wir es ja mit dem Fokus, wo ein steindummer Artikel über uns erschienen war, den wir dankbar als Reklame verwenden konnten und sogar in unseren Shop gestellt haben. Und dann sind prompt mehr als 200 Bestellungen eingegangen. Und um die zu erfüllen, haben wir beim Fokus Verlag versucht, eine entsprechende Menge einzukaufen. Und jetzt weiß ich, warum solche Produkte wie Fokus und Co. alle auf dem absteigenden Ast sind. Hat gar nichts mit Journalismus zu tun. Den können Sie sowieso vergessen. Aber der Vertrieb ist eine Katastrophe. Also wenn Sie 200 Hefte auf einmal kaufen wollen, die bekommen Sie einfach nicht. Oder jedenfalls nicht einfach. Lieferzeit nicht unter einer Woche und das bei einer Zeitschrift, die jede Woche neu erscheint. Expresspaket per Nachnahme geht nicht. Kreditkarte geht nicht. Der Pressevertrieb ist was für Liebhaber des 19. Jahrhunderts. Wir haben aber den 4. Februar 2024. Und jetzt kommt erst mal die Werbung. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was ein Eisenwarenladen ist. Deswegen gebe ich mal eine Definition. Ein Eisenwarenladen ist ein Laden, der Sie zum Staunen bringt. Sie gehen da rein und stellen fest, der hat alles. Ob für Werkstatt, Küche, Haus oder Garten, Sie bekommen einfach genau das Richtige. Und jetzt reden wir über Eisenfeustel in Dresden. Das ist so ein Laden und er existiert seit mehr als 100 Jahren. Aber er ist auch modern und hat einen Instagram-Kanal und den finden Sie unter dem Hashtag der hat alles. Das Besondere bei Eisenfeustel ist aber nicht nur das umfassende Sortiment, sondern auch die herzliche Atmosphäre. Der Geschäftsführer schrieb mir, seit Frühjahr 2020 ist der Zutritt zu dem wunderschönen Laden gemäß eigenständigem Humorkonzept nur noch mit positiver Stimmung gestattet. Also das finde ich köstlich und empfehle einen Besuch bei Eisenfeustel in der Dresdner Neustadt. Auch wenn Sie glauben, gar nichts zu brauchen. Sie werden garantiert was Nützliches finden aus langlebigen und ehrlichen Materialien wie Holz, Glas, Keramik, Porzellan, Emaille, Biopolymer oder Metall. Und wenn Sie nicht in Dresden sind oder nach Dresden kommen, dann schauen Sie sich auf Instagram um unter Hashtag der hat alles. Das passt übrigens auch für den Kontrafunk, denn der hat auch alles in seinem üppigen und vielfältigen Programm. Und jetzt machen wir noch einen Ausfallschritt, denn ab heute gibt es Kontrafunk und Fernsehen. Achim Winter kommt mit seiner wöchentlichen Show Winters Woche exklusiv zu uns. Schauen Sie mal, wenn Sie die Sonntagsrunde zu Ende gehört haben, auf unserer Webseite. Da finden Sie Winters Video. Ich glaube, wir sind das schnellst wachsende Medienunternehmen weit und breit. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auf unsere bevorstehende Kapitalerhöhung hinweisen. Wenn Sie in die Kontrafunk AG investieren wollen, dann können Sie sich jetzt bewerben. Die Mindesteinlage beträgt 25.000 Schweizer Franken. Bei Interesse genügt eine Mail an info at kontrafunk.radio. Alles weitere erfahren Sie dann von unserem Sekretär des Verwaltungsrats, Bernd Modl. Dies ist, wohlgemerkt, keine öffentliche Aktienofferte, sondern nur ein Angebot der Kontaktaufnahme. Wir wollen nämlich angesichts der herrschenden politischen Verhältnisse sehr genau prüfen, mit wem wir uns finanziell einlassen. Und ich glaube, das wird jeder unserer Hörer verstehen. So, jetzt geht's aber los mit der Sonntagsrunde. Trotz Husten, Schnupfen, Heiserkeit des Moderators. Ich begrüße in Augsburg den Germanisten Prof. Peter J. Brenner. In Werl den Journalisten Frank Lüberding, der vom WDR über die FAZ bis zur Welt für viele einstmals renommierte Medien geschrieben hat. Und in Wien den Politblogger Gerald Markel. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Wo ist der Maulwurf? Wo war die undichte Stelle? Wie kam es zum Verrat? Das klingt jetzt nach Potsdam und Korrektiv und Verfassungsschutz. Aber nein, es geht um die Süddeutsche Zeitung. Dort herrscht schlechte Stimmung, weil die Vize-Chefredakteurin beim Plagiieren ertappt wurde. Stimmt nicht ganz. Die Stimmung ist gereizt, weil das rausgekommen ist. Frank Lüberding, wie ist es rausgekommen? Offensichtlich auf einer Redakteursvollversammlung, so habe ich das verstanden, wo die Chefredaktion das offensichtlich mitgeteilt hat. Und der Betriebsrat soll dem Ganzen oder der Redaktionsbeirat, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das bei der SZ nennt, soll dem Ganzen zugestimmt haben. Ja, Sie sagen zugestimmt, also zugestimmt hat der Betriebsrat und deswegen die Frage nach dem wie, dass da die E-Mail-Kommunikation und die Telefone der Redakteure durchforscht wurden. Dann haben sie gleich hinterher geschoben, ja, aber wir haben nicht gelesen oder wir haben die Mitschnitte nicht angehört. Aber es ist schon ein dicker Hund, dass also die Zeitung, die ja immer wahnsinnig für Transparenz und so weiter eingetreten ist und das auch von allen anderen fordert, dass diese Süddeutsche ihre eigenen Redakteure bespitzelt. Also das hat für schlechte Stimmung gesorgt. Peter Brenner. Also ich finde das eher unter einer humoristischen Perspektive interessant, denn die Süddeutsche Zeitung macht ja jetzt mit ihren eigenen Redakteuren genau das, was sie auch mit Politikern macht. Also sie hat bei Aiwanger in der Schultasche herumgeschnüffelt, warum sollen sie nicht in den Smartphones ihre eigenen Kollegen herumschnüffeln? Das ist der eine Aspekt, also mich überrascht das nicht und die ganze Empörung, die da jetzt hochgekocht wird, auch von Kollegenmedien, die kann ich nicht richtig nachvollziehen, denn das gehört doch offensichtlich inzwischen zum journalistischen Standard, dass man sich Schmuddeleien, hieß das mal in Bayern, solcher Schmuddeleien bedient, um sich auf dem Markt zu behaupten, so sehe ich das. Was ich besonders witzig fand, war, dass die Berliner Zeitung da ja einen großen Artikel drüber geschrieben hat und die ist ja nun die letzte, die sich über mangelnden Informantenschutz beschweren sollte, denn die hat ja genau vom knappen Jahr einen ganz ähnlichen Fall gehabt. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass der Verleger Holger Friedrich auch einen vertraulichen Informant, nämlich Julian Reichelt, preisgegeben hat gegenüber dem Springer Verlag. Also ich glaube, das Ganze ist jetzt kein Einzelskandal, sondern er sagt einfach was über das Milieu, in dem man sich da bewegt. Apropos Milieu, die Vize-Chefredakteurin, um die es da geht, das ist Alexandra Föderl-Schmidt, eine österreichische Journalistin, Gerald Makel. Damit wendet sich die Kamera gleich nach Wien. Ich habe übrigens auch eine persönliche Erfahrung mit ihr, denn diese Dame war früher mal Chefredakteurin beim Wiener Standard und hat, nachdem ich lange Jahre für den Standard gearbeitet hatte, allerdings unter ihrem Vorgänger Gerfried Sperl, da hat sie gegen meine Artikel votiert und mich da rausgedrängt. Also ich habe sie auch schon eine Weile im Blick. Gerald, hast du auch Kontakt mit Frau Föderl-Schmidt? Ich mache das hier ganz kurz. Ich bin in einem Alter, wo ich schon eine sogenannte Risikogruppe angehöre für Magengeschwüre. Daher beschränkt sich mein Konsum von Standard und Süddeutscher auf das Lesen der Überschrift. Dann spüre ich schon so ein kleines Kribbeln in meinen Eingeweiden und ich klicke dann gar nicht mehr drauf. Ich kann mich noch gut erinnern, diese Woche war ein Beitrag drinnen. Der Sieg der Bauern in der EU ist eine Niederlage für das Klima und die Welt und schon war es wieder vorbei mit dem Lesen der Süddeutschen. Aber stellt sich natürlich schon eine grundsätzliche Frage. Seit Jahren gibt es dann irgendwelche Durchstechereien aus dem Springer Verlag, entweder zum Spiegel oder zur Zeit. Und das wurde niemals unter so einer journalistisch-ethischen Berufsperspektive diskutiert, sondern man nahm das einfach als eine Selbstverständlichkeit hin, um über Missstände in einem Verlag zu berichten. Nun wissen wir alle, man ist prinzipiell ja eigentlich schon loyal gegenüber dem eigenen Unternehmen, dort wo man schreibt. Selbst wenn man mit Sachen grundsätzlich überhaupt nicht einverstanden ist. Das ist wenigstens meine Berufsausfassung oder so etwas. Und was sich hier natürlich jetzt die Frage stellt ist, warum die Süddeutsche so einen Zirkus darum macht, weil offensichtlich hat der Medieninsider nur das gemacht, was die Zeit, der Spiegel und andere bei solcher diffiziler Medienberichterstattung auch immer gemacht haben. Also wo bleibt die Souveränität eigentlich, einfach zu sagen, okay, hier gibt es offensichtlich ja irgendwelche Leute, die anderen etwas stecken über unsere internen Verhältnisse. Und was wirklich dramatisch ist, ist die Dramatisierung von Seiten der Süddeutschen Zeitung. Und das bei einem Blatt, muss man ja wirklich sagen, dass traditionell, also Tradition ist vorbei, also früher, doch einen sehr sauberen und weithin anerkannten Journalismus geleistet hat. Ich erinnere mich an einen Fall, wenn wir schon dabei sind, hier kleine persönliche Geschichten zu erzählen, dass ein Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung, der war gleichzeitig auch Redakteur beim Deutschlandfunk, es für angezeigt hielt, bei einer Recherche, an der er saß, jemanden, da ging es um Kunsthandel und so weiter, direkt ans Messer der Staatsanwaltschaft zu liefern. Oder ans Landeskriminalamt. Und das hat der damalige Chefredakteur der Süddeutschen, Hans-Werner Kilz, der vom Spiegel kam, mitgekriegt und hat den Mann rausgeschmissen. Der hat gesagt, es ist als Journalist nicht ihre Aufgabe, ihre Rechercheergebnisse an die Polizei zu geben. Sie können das hier bei uns veröffentlichen, aber alles andere ist eben nicht ethisch. Es hat nichts mit Journalismus zu tun. Exakt. Und es gab ja den früheren Redakteur Birk Meinhardt und der hat ein wirklich schönes Buch geschrieben, wie ich meine Zeitung verlor, ein Jahre Buch. Und da hat er ja über seine Probleme mit der Süddeutschen Zeitung auch berichtet. Das war alles total fair. Er hat jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche ausgebreitet oder so, aber er hat halt die Mechanismen und das veränderte Klima in der SZ, finde ich, sehr gut beschrieben. Insofern muss man das wirklich, was bei der SZ jetzt gerade passiert, so ein bisschen als Ausdruck einer tiefen Irritation interpretieren, ist mal höflich zu formulieren. Peter Brenner. Also wir reden ja über Vergangenheit und Gegenwart. Sie haben es ja angedeutet, die Süddeutsche Zeitung war ja wirklich meine lesenswerte Zeitung. Ich habe sie 40 Jahre lang gelesen, von meiner Schuhzeit an bis 2015. Also ich nämlich selbst beobachten konnte, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete über das, was am Münchner Hauptbahnhof im September los war. Da habe ich die Zeitung relativ schnell gekündigt, nach einer gewissen Beobachtungsphase. Das ist das eine, dass sich der Journalismus wahrscheinlich in dieser Zeit herum, nicht um 2015, dramatisch oder jedenfalls außen sichtbar in seinem Selbstverständnis geändert hat. Dass also bedeutende Zeitungen, auch die FAZ, ihre wirklich grundlegende Konzeption verändert haben. Ich meine, dass Zeitungen in irgendeiner Form immer parteiisch sind, das sollten wir uns gar nicht ausreden lassen. Natürlich gibt es konservative und liberale und fortschrittliche oder linke Zeitungen, das ist auch völlig legitim. Aber genau da sehe ich jetzt das Problem. Herr Lüberding, Sie haben eben von Loyalität gesprochen, die Journalisten gegenüber Ihrer Zeitung haben sollten. Ich frage mich, ob das wirklich dann noch der Fall ist. Sie haben Birg Meinhardt erwähnt, den ich ein bisschen larmoyant fand in seinem Buch. Aber was ich doch beobachte und vielleicht war das immer so oder vielleicht hat das in letzter Zeit zugenommen, die Journalisten unter Ihnen werden das besser wissen, ist doch eine enorme Zirkulation innerhalb der Zeitungen und Medien. Wie viele Journalisten haben ihre Ursprünge in der Taz gehabt, in der linksalternativen, grünalternativen Zeitung also, sind dann in beliebige andere Medienhäuser reingewandert. Sie haben eben erwähnt, Kills ist vom Spiegel und Süddeutsch oder umgekehrt gegangen. Also mir kommen die Journalisten heute eher wie Söldnertruppen vor, die dahin ziehen, wo am ehesten was zu holen ist. Gerhard Makel. Ich bin ja hier Vox Popli und ich muss ehrlich sagen, mich stört mittlerweile schon das Begriff des Journalisten. Ich sehe keine Journalisten mehr. Ich sehe entweder Embedded Prestitutes, die genau das ausführen, wofür sie eingekauft werden. Oder ich sehe hauptsächlich Tastaturaktivisten. Ich sehe keine Journalisten mehr. Ich sehe Menschen, die hier ihre Meinung dem Leser aufzwingen wollen. Entsprechend die Lückenpresse trifft es sehr gut, das Aufbereiten der Informationen so zu machen, dass der Leser oder Hörer zum Schluss zu der Meinung kommt, die der Journalist, der früher mal Journalist war und jetzt Tastaturaktivist ist, sich eingebildet hat. Und ich habe hier noch vielleicht ein gutes Bon mot zum Schluss, weil es das Selbstverständnis dieser komischen Klasse der selbsternannten Gatekeeper und Eliten beschreibt. Der Chefredakteur eines des größten und eigentlich qualitativ in der vergangenen hochwertigsten Magazin namens Profil, Christian Reiner ging voriges Jahr in Pension und schrieb einen tollen Abschiedsbrief. Und worin man sich damit am meisten beklagt hat, war, dass Journalisten aufgrund der Social-Media-Booms und der alternativen Medien nicht mehr die Gatekeeper der Informationen sind, die dann an das, Klammer auf Tumbe, Klammer zu, Volk weitergegeben werden. Also ich verwahre mich hier ein bisschen, dass man hier von Journalisten spricht. Ich denke, Journalisten findet man nicht mehr. Die muss man mit der Lupe suchen. Ja, also die Gatekeeper haben ausgesorgt, denn mittlerweile gibt es auch zum Beispiel uns neben den öffentlich-rechtlichen Gatekeepers. Und da kommen wir vielleicht gleich mal zu einem anderen Thema. Ich habe wahrgenommen, dass sowohl Peter Brenner als auch Gerald Makel ja eher eine humoristische Betrachtung dieses kleinen Skandälchens der Süddeutschen gepflegt haben. Ist ja auch richtig so, weil ich meine, die Chefredakteurin plagiiert. Das kommt raus und der größte Skandal ist, dass die so wütend sind, wer war es, wer hat uns verraten, dass sie ihre eigenen Leute jetzt in die Mangel nehmen. So viel also zur, wie hat Gerald gesagt, komischen Klasse. Also dann Ende der Komik, jetzt wird es ernst, jetzt schauen wir mal, was beim Öffentlich-Rechtlichen passiert. Es gab meeres in dieser Woche. Das eine war ein Film, der hat nochmal die Corona-Kritiker nicht nur in den Blick gefasst oder ins Visier genommen, sondern es war deutlich militanter. Das war also ein richtiges Stück Kampagnenjournalismus von einer recht jungen Kollegin, die einfach per Bildschnitt suggeriert hat, dass die Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen waren, die Zweifel an der Wirksamkeit der Impfungen haben, dass die eigentlich sehr nah am Terrorismus sind. Und das zeigt man dann immer, indem die GSG 9 oder andere Sturmtruppen dann irgendwelche Wohnungen besitzen. Hat jemand diesen Film sich mal angetan, frage ich einfach? Also der Film beschreibt natürlich auch die Mentalität und die Art und Weise, wie viele Menschen auf diese ganze Corona-Pandemie reagiert haben. Und da gibt es natürlich auch angetrieben durch Social Media in allen Lagern Selbstradikalisierungstendenzen. Das heißt, Menschen erzählen heute etwas öffentlich oder auch in vermeintlich internen Gruppen, was sie sonst noch nicht mal zu Hause am Küchentisch erzählt hätten. Also da kommen dann Mordfantasien raus und ich weiß nicht was alles. Und das betrifft keineswegs nur ein politisches Lager. Das erlebt man ja auch in allen politischen Lagern. Und das Problem, was diese Kollegin mit diesem Film hat, ist, dass sie sich in Wirklichkeit überhaupt nicht für das Thema interessiert. Also sie fragt natürlich nicht, wie kommt diese Form von Radikalisierung zustande, sondern sie sagt einfach, die Leute erzählen völligen Unsinn und inhaltlich gibt es überhaupt keine Kritik. Am besten fand ich die Passage, wo sie über Janosch Dahm berichtet. Also der ist der grüne gesundheitspolitische Sprecher und Janosch Dahm glaube ich sofort, dass er häufig angegriffen oder ich weiß nicht was wird und manche Leute alles Mögliche an den Hals wünschen. Nur Janosch Dahm war nun gleichzeitig der inkompetenteste Gesundheitspolitiker nach Karl Lauterbach in dieser Pandemie. Er hat lauter Unsinn erzählt und er hat auch systematisch dazu beigetragen, ganze Menschengruppen, nämlich Ungeimpfte auszugrenzen. Ich kann also über so ein Thema nicht berichten, wenn ich nicht ein Interesse daran habe, wie kommt so etwas zustande und das hat die Kollegin absolut nicht gehabt. Vielleicht noch eine Überlegung, wie sowas zustande kommt. Wir denken jetzt über Berufsethos nach, insbesondere Herr Magel hält noch die alte Fahne hoch, dass Journalisten ordentlich recherchieren und nicht nur googeln sollten, dass sie auch die Gegenseite hören und zu Wort kommen lassen sollten. Was übrigens für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja mit Sicherheit auch gilt, das ist ja eine Sache, die im Staatsvertrag so geregelt ist. Ganz anders als bei FHZ oder SZ oder wie auch immer, die können ja im Grunde schreiben, was sie wollen. Und das müssen wir immer noch berücksichtigen, das ist ja ein Sonderfall, wenn wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen. Nur eine Information, in diesem Stück wurde tatsächlich auch ein Kritiker interviewt, zum Beispiel irgendein Onkologe aus Stuttgart oder was. Und mich hat das überhaupt gewundert, dass der überhaupt noch die Kollegin von der ARD oder vom Südwestrundfunk reingelassen hat. Also ich kann dazu nicht sagen, ich habe das nicht angeschaut, ich schaue keinen öffentlichen Rundfunk, ich zahle das nur. Aber deshalb wollte ich eher eine abstrakte Überlegung anstellen, unter welchen Bedingungen solche Journalisten denn heute arbeiten. Ich glaube, wir müssen da viel mehr in die Strukturen von Verlagen und auch Rundfunkanstalten reinschauen. Es sieht doch so aus, als sei ein großer Teil dieser Menschen prekär beschäftigt, die irgendwie schauen, dass sie sich über Wasser halten können beruflich, dass sie nicht anecken. Denn, dass da also einfach ein Konsens, der gar nicht mal unbedingt freiwillig da ist, dass der einfach erzwungen wird durch Beschäftigungsverhältnisse. Also mir tun diese Menschen eher leid, ich kann mich da gar nicht drüber empören. Das kenne ich aus dem Universitätsmilieu in derselben Weise. Also ich kenne diese Frau jetzt nicht, aber das scheint im Journalismus relativ gängig zu sein, dass es wenige festangestellte Mitarbeiter und sehr viele freie Berufe oder prekär Beschäftigte gibt. Also ich denke, diese Strukturen sollten wir immer ein bisschen im Hinterkopf halten, dass hier Leute einfach als Schreibsklaven gehalten werden, die dann eben auch das tun müssen, was von ihnen erwartet wird. Und ob sie das jetzt freiwillig oder nicht oder einfach nur so, weil es halt erwartet wird, tun, das möchte ich gar nicht beurteilen. Aber hier gilt eben der alte Prechtssatz, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ich finde das eigentlich für Sie sehr ehrenhaft, dass Sie hier verteidigen. Aber jetzt sind wir doch einmal ehrlich, wenn Sie vom universitären Bereich gehen, gehen Sie mal auf eine Universität in die Publizistik-Saal hinein, kurz vor der Vorlesung stellen Sie sich ans Podium und sagen, ich hinterfrage ernsthaft, ob der zyklische Klimawandel zyklisch ist oder menschengemacht ist und dann warten Sie mal kurz, bevor Sie flüchten vor der tobenden Meute. Da brauchen Sie kein Publizistik-Seminar. An jeder deutschen Vorlesung haben Sie das. Genau. Und jetzt frage ich mich, wenn diese Leute dann in die prekären Beschäftigungsverhältnisse hineingehen, da haben Sie natürlich völlig recht, das sind Schreibsklaven und Lohnsklaven, aber es ist einfach schon so eine Trichterfunktion gegeben. Du kommst ja gar nicht mehr in die Redaktion hinein mit einer anderen abweichenden Meinung und musst dann auf ein paar alternative Medien, und da muss man den Kontrafunk ja lobend erwähnen, das sind eine der wenigen Dinge, wo man dann noch seine eigene Meinung sagen kann. Aber die kommen ja schon dort hinein. Ich sehe überhaupt keine jungen Leute mehr, die jetzt wirklich den journalistischen Beruf dafür nutzen, dass sie Informationen sammeln und weitergeben. Ich sehe nur mehr das Tattoo-Aktivisten. Es gibt übrigens noch einen kleinen lustigen Hintergrund, und zwar zu diesem Film, über den wir gerade sprechen, vom SWR, zu dieser Produktion. Die wollten, weil Frank Lüpperding hatte sich ja gerade gewundert, dass überhaupt ein Onkologe zu Wort kommen durfte, der vielleicht etwas anderes sagt als das Erwartbare. Die Redaktion hatte im Vorfeld nämlich auch Paul Brandenburg angefragt, ob er da ein Statement abgeben wollte. Und dann hat er mal kurz in seine Community reingefragt, also soll ich das wirklich machen? Dann haben wir gesagt, ja unbedingt, musst du machen. Und die haben eigentlich damit gerechnet, dass er absagt. Aber er hat nicht abgesagt. Im Gegenteil, dann kam nochmal die Rückfrage, ja wollen Sie wirklich? Und dann hat er gesagt, ja, ja doch, absolut, also können Sie gerne machen, ein Interview. Und dann, leider, ging es aus Zeitgründen nicht. Also der SWR hat dann gesagt, ja, wir haben leider keinen Termin frei oder irgendwie sowas. Total fadenscheinig. Es war vollkommen klar, Sie wollten nur sagen, wir haben angefragt. Wir haben unsere journalistische Pflicht erfüllt. Er hat nicht gewollt. Und Sie haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es mal anders kommt. Einen Satz muss man sagen. Also die haben diesen Zahnarzt genommen, um ihre These der Selbstradikalisierung und so weiter und so weiter zu belegen. Und dieser Onkologe hat auch Sachen erzählt, die ich für Unsinn halte. Also da muss man schon differenzieren. Das Grundproblem ist wirklich, um auf den Journalismus zu sprechen kommen, den ich immer noch irgendwo ausübe, ist die fehlende Neugier und vor allem dieses Schubladendenken, in dem sich mittlerweile alle Lager verfangen haben. Also mich interessiert wirklich nicht die Meinung von irgendjemandem. Also da kann man wegen für den Klimawandel dagegen oder weiß der Teufel was sein, sondern die Validität eines Arguments. Und darüber sprechen wir heutzutage nicht mehr. Ich meine, wie bescheuert ist das? Apropos Argument, dieses mit der Selbstradikalisierung. Und Sie hatten das ja auch vorhin, Herr Lüberding, mit Mordaufrufen angeführt. Also aus meiner Erfahrung, so häufig kommt das nicht vor. Natürlich auch in Kommentarspalten von irgendwelchen Medien gibt es Leute, die ausflippen, die sich im Ton vergreifen. Aber eine massenhafte Selbstradikalisierung und überall Mordaufrufe halte ich für ein Strohmann-Argument, meistens um diejenigen, die eine andere Meinung haben, zu denunzieren und in die Nähe von Idioten zu rücken. Das passiert. Und Twitter ist das beste Beispiel. Also da gibt es dann irgendjemand, irgendeine Palästinenserin oder einen Juden in Amerika, der irgendeinen Mist erzählt. Also jetzt habe ich neulich so ein Beispiel gelesen. Irgendein israelischer Student oder jüdischer Student an irgendeiner Hochschule in Amerika soll jetzt gesagt haben, man müsste doch alle männlichen Palästinenser ab zwölf Jahre erschießen. Das ist natürlich eine völlig irrsinnige Aussage. Ob er die nun gemacht hat oder nicht, spielt ja auch keine Rolle. Nur alle sind total fokussiert darauf, genau solche Aussagen zu finden, um den anderen zu diskreditieren. Und das machen eben jetzt nicht nur irgendwelche linken Journalisten, das gibt es auch auf der anderen Seite genauso. Also so selbstkritisch muss man einfach auch mit sich selbst umgehen, finde ich. Zum Thema Ausgewogenheit schnell noch dies. Mir fiel eine Liste in die Hand mit Leuten, die interviewt werden, so bei Straßenumfragen. Und da kommt dann heraus, das sind alles Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Vorgesetzte oder Untergebene von den Redakteuren selbst. Eine Liste zeigt zum Beispiel hier bei AfD-Demos und bei Bauernprotesten, da waren dann also Anhänger der Grünen natürlich übervertreten. 34 Interviews, gefolgt von SPD-Leuten, 24 und Linkspartei, 9. Also das sind ja schon sprechende Statistiken. Gerald Makel. Humoristische Geschichten in Österreich nennt man Schmankerung. Ich darf hier ein kurzes Schmankerl aus dem Staatsfunk berichten. Vorige Woche gab es, wie üblich, in einer der meistgesehenen Polizendungen des Landes, der sogenannten ZIB2, das ist eine Nachrichtensendung am Abend, eine Rechtsextremismus-Expertin, die da aufgetreten ist und vom Leder gezogen hat. Diese Expertin für Rechtsextremismus ist gleichzeitig Spitzenkandidatin der Kommunistischen Partei in einem Bundesland. Er hat auch eine gewisse Logik. Zumindest Extremismus-Expertin ist sie ja dann schon mal. Bei Extremismus kennt sie sich aus, ganz genau. So, nachdem wir so viel Humorvolles gehört haben, kommt jetzt etwas, was uns davon entfernt. Und zwar der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der bekanntermaßen auch eine neue Partei gerade gegründet hat, ist selbst zum Objekt des Verfassungsschutzes geworden, also zum Zielobjekt, zur Zielperson. Er wird bespitzelt. Das kam raus durch Anfrage. Das musste man erstmal richtig mit Rechtsmitteln, musste sein Anwalt, das ist einige Monate her, dass die Anfrage gestellt wurde, musste das also herausgewrungen werden aus den Tiefen der Bürokratie. Aber dann kam es, ein 20-seitiger Bericht. Und ja, ich brauche nicht mehr zusammenzufassen, jeder hat es mitbekommen. Was war denn, Frank Lüberding, Ihre Reaktion? Ja, das ist eine natürliche Grenzüberschreitung des Verfassungsschutzes. Zum einen sind solche Definitionen, wer ist rechtsextrem, wer ist linksextrem, die sind natürlich immer zu 95 Prozent politisch motiviert von der jeweiligen Standorte aus. Das hat ja Gerald Makel gerade mit seiner Expertin gezeigt. Also die linksextremen definieren, was rechtsextrem ist. Ja, genau. Und das Ganze gerät natürlich immer in dieses ideologische Räderwerk. Und das Zweite ist aber, das ist das viel grundsätzlichere Problem, der Verfassungsschutz schützt ja nicht mehr die Verfassung, indem er zum Beispiel extremistische Aktivitäten und Extremismus heißt im Grunde, die Meinung, notfalls auch mit Gewalt, die verfassungsrechtliche Ordnung zu stürzen. Das unterscheidet den Extremisten vom Radikalen. Und hier wird der Verfassungsschutz benutzt, um einen politischen Gegner zu diskreditieren. Wo geht das denn? Das haben Sie bei Bruno Ramelow vor 20 Jahren Ausschwung gemacht und war genauso falsch. Sowas kann man nicht machen. Sie haben völlig recht, aber wir sind alle entsetzt. Und zwar alle meine ich, ich bin gerade in der Slowakei, habe gestern beim Abendessen gesprochen mit Leuten über Deutschland. Ich sage das jetzt mal ganz brutal und plakativ. Die DDR hat die BRD übernommen und nicht umgekehrt. Wenn ich mir die politischen Verhältnisse in Deutschland ansehe, in dieser Woche gab es die Meldung, dass eine Kreisvorsitzende oder Spitzenkandidatin in einem Wahlkreis der neuen Werteunion, die wird bitte als Stadtangestellte, als öffentlich Bedienstete fristlos gekündigt, weil sie bei dem berühmten Potsdamer Treffen teilgenommen hat. Also man liest es, man glaubt es nicht, man staunt und man denkt sich, ich drehe den Fernseher auf und sehe hunderttausende Menschen nicht gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, sondern gegen rechts. Es heißt jetzt nicht mehr Demo gegen Rechtsextremismus, es heißt jetzt Demo rechts. Und man ist jetzt in Deutschland offensichtlich nur mehr ein guter Demokrat, wenn man ein linker Demokrat ist. Rechts wird insgesamt jetzt plötzlich verschoben. Also der Blick von außen sagt, im Moment sieht es eher so aus, als hätte die DDR die BRD übernommen und das muss man mit großem Entsetzen zur Kenntnis nehmen. Also ich hatte bei dieser Maaßen-Geschichte noch eine etwas andere Überlegung im Hinterkopf oder eher im Vordergrund. Das ist jetzt wirklich nicht mehr humoristisch zu sehen, was da alles möglich ist in Deutschland. Und diese Spitzlung, da bin ich sicher, dass Maaßen sich zu wehren weiß, soweit das möglich ist. Also politisch wird das natürlich immer Schaden anrichten, aber juristisch wird er sicherlich sich durchsetzen können. Ich habe über Menschen nachgedacht, die sich für sowas hergeben, nämlich den Nachfolger von Maaßen, der ja tatsächlich von seinem eigenen Nachfolger bespitzelt worden ist, der meines Wissens sogar vorher sein Untergebener war. Also Haldenwang. Da stellt sich mir die Frage, was sind das für Menschen, Spitzenbeamte, die sich für sowas hergeben? Und das frage ich mich, ob das nicht ein Symptom ist, mit dem wir jetzt insgesamt rechnen müssen, dass also die Neutralität, auf die wir in der deutschen Beamttradition ja mal sehr lange sehr stolz sein konnten, dass die mehr und mehr versickert, dass die Führungsebenen, um das mal allgemeiner zu fassen, in unserem Ministerium ja in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren seit der neuen Regierung systematisch umbesetzt worden sind, dass wir 1700 neue Beamte eingestellt haben und nicht wir, sondern die neue Regierung in den Schleitungspositionen ihrer Ministerien. Und hier sehe ich die eigentliche Gefahr, dass also elementare Prinzipien unseres Staates, also die Beamtentumsprinzipien in Frage gestellt werden, dass hier Leute an Spitzenpositionen kommen, die also erstens die moralische Qualifikation haben, oft auch nicht die fachliche Qualifikation und die auf jeden Fall eher parteilich sind, als dass sie dem Dienstherrn, und der heißt nicht Scholz, sondern Bundesrepublik Deutschland dienen. Hierzu auch noch ein kleines, nicht Schmanker, sondern ein Hinweis. Hier in meiner unmittelbaren Nähe, in Augsburg, gibt es eine CSU-Oberbürgermeisterin, die, so ging es hier durch die lokale Presse, offensichtlich ihrem Mitarbeiter in der Stadtverwaltung getränkt hat, an Demonstrationen gegen Rechts teilzunehmen, was offensichtlich dann mit der Befürchtung verbunden sein muss, dass man Nachteile erleidet, wenn man dem nicht folgt. Also da sehe ich ein ganz grundsätzliches strukturelles Problem unserer jüngsten Entwicklungen in den Strukturen unseres Staates. Nur als Ergänzung, was wirklich wichtig ist. Also es gab früher ja immer die klassische Konstellation. Konservative sind eher für einen autoritären Staat, wollen Freiheitsrechte einschränken. Und dann gibt es die Linksliberalen, die genau die gegenteilige Position einnehmen. Also ganz berühmt, ich meine, wir sind alle ein bisschen älter, erinnert sich der eine oder andere noch, als damals die Bundesjustizministerin von der FDP, Leuthauser Schnarrenberger, sogar wegen des großen Lausch-Angriffes zurückgetreten ist. Und diese Konstellation hat sich total verändert. Das heißt also, heute sind offensichtlich weite Teile der Gesellschaft und auch der Publizistik und auch der Parteien bereit, zur Bekämpfung des politischen Gegners die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Ja. Also wie kann es sein, dass zum Beispiel solche Dinge wie zum Beispiel so eine Entlassung dieser Mitarbeiterinnen aus Köln, dass das sich ein Aufschrei der Empörung auslöst? Das ist DDR 2.0. Ja, das sind so Begriffe, mit denen kann natürlich niemand was anfangen. Da wird man gleich wieder einsortiert, ja DDR 2.0. Es ist ein Verstoß gegen den Geist unserer demokratischen Grundordnung. Und gegen die geschriebenen Gesetze. Ja, der liberale Rechtsstaat verteidigt nicht den Staat vor den Bürgern, sondern der Staat bekommt das Gewaltmonopol und die Verfassung garantiert unsere minimalen Rechte vor einem Missbrauch staatlicher Gewalt. Das ist die Theorie. Ja, nein, aber dafür habe ich mich, seitdem ich politisch denken kann, eingesetzt. Und offensichtlich scheint aber diese Idee völlig verloren gegangen zu sein. Und es ist völlig unabhängig, ob man konservatives Links-Rechts für den Klimawandel, gegen den Klimawandel oder für Rhabarber statt Erdbeeren ist. Hier geht es ums Eingemachte. Das ist das Problem. Ich habe hier vor mir einen Artikel einer Dame namens Anna Seegers, Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR, Ehrenpräsidentin des Weltfriedensrates und Gründungsmitglied der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin. Überschrift, überwältigende Zustimmung der Kulturschaffenden der DDR zur Politik von Partei und Regierung. Case closed, weil wenn Sie sich das Sterncover von dieser Woche ansehen mit dem Nicht-mit-uns, von Helene Fischer über Undo Lindenberg bis zum Volkswagen-Chef, ein Aufruf zum Kampf gegen die Feinde unserer Demokratie, plus zehn Vorschläge wie der Aufstieg der AfD gestoppt werden kann. Bitte sagen Sie mir, dort wo gibt es denn jetzt noch einen Unterschied zu damals? Kann ich Ihnen sagen. Wir machen jetzt eine Diskussion kritisch darüber und die gab es damals meines Wissens in der DDR nicht. Noch machen wir die Diskussion. So, Peter Brenner hat sich wahrscheinlich durch die Erwähnung der Schriftstellerin Anna Seegers als Germanist auch getriggert gefühlt. Ein unglücklicher Fall. Wir haben eine wirklich bedeutende Schriftstellerin mit ihrem siebten Kreuz und auch Migrantin, die ihre eigenen Lebenserfahrungen mitgebracht hat in die DDR. Und es gab ja wirklich eine Reihe von Rückkehrer-Emigranten, die daran geglaubt haben, dass die DDR der bessere Staat sein werde nach dem Faschismus. Also das sind Dinge, die muss man sehr ambivalent beurteilen und das wäre jetzt eine andere Diskussion. Aber mit dem Begriff Diktatur würde ich auch sehr vorsichtig umgehen, denn es ist ja in der Tat so, dass wir hier sitzen und reden. Der Herr Müller-Ulrich natürlich in der sicheren Schweiz. Aber auch wir anderen müssen ja nicht befürchten, dass wir hier vom Mikrofon weggeholt werden. Wobei ich übrigens der Ansicht bin, dass das nicht zum geringsten auch das Verdienst derer ist, die gerade noch rechtzeitig, wie Kontrafunk oder die Achse oder Tischis Einblick, die gerade noch rechtzeitig begonnen haben, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Ich glaube, wenn das fünf, sechs Jahre später erfolgt wäre, also jetzt vor zwei, drei Jahren, hätten wir größere Probleme damit durchzudringen. Aber jetzt gibt es doch noch Stimmen, die man nicht einfach zum Schweigen bringen kann, weil es einfach zu viele sind. Also ich denke, das ist immer an uns, diese Demokratie zu verteidigen. Und gegen den Begriff Diktatur würde ich mich hier doch noch wenden und glaube auch nicht, dass wir auf dem Weg sind. Also ich glaube eher, dass wir gerade die ganzen Phänomene, die wir jetzt eben so teils humoristisch, teils ernsthaft beschrieben haben, das sind ja Verfallssymptome. Das sind doch Symptome einer Regierung, die langsam zusammenbricht. Wie war die Meinungsumfrage? 72 Prozent der Deutschen trauen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit, ihre Meinung zu sagen. 27 Prozent schon noch. 27 Prozent schon noch. Und die 27 Prozent verlieren plötzlich ihren Arbeitsplatz, wenn sie an einem privaten Treffen teilnehmen. Die 27 Prozent müssen sich outen. Es gibt eine Genossenschaft in Nordrhein-Westfalen war das, eine Wohnbaugenossenschaft, die sagt, wer sich nicht von der AfD distanziert, der wird von uns gekündigt. Ich würde da eher ganz, ganz sensibel sein, gerade als Demokrat. Und es ehrt sie, dass sie noch immer an die Selbstreinigungskraft denken. Aber diese Signale sind schon dermaßen überdeutlich, wenn du dich heute nicht sofort öffentlich distanzierst von rechts. Dann bekommst du keinen Kaffee mehr. Das ist das Allerschönste, was ich gehört habe in dieser Woche war, es gibt eine Tübinger Kaffeefirma, bei der man auf dem Kassenbon, bevor man den Kaffee kriegt, unterschreiben und abhaken muss, ich distanziere mich von der AfD. Das ist Ihnen dann aufgefallen, dass das gesetzlich nicht geht. Dann haben Sie das ein bisschen verändert in einen Text. Ja, ich distanziere mich von irgendwelchen rechtsradikalen Umtrieben oder irgendwie so etwas. Alleine, dass jemand auf die Idee kommt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, sollte schon alle Alarmglocken schritten lassen. Denn das geht in einer Geschwindigkeit. Wer hätte sich denn das bitte vor fünf Jahren gedacht? Ich habe mich immer amüsiert über die sogenannten Landing Cards. Wer jemals nach Amerika gereist ist, der bekam ja früher so eine Liste. Da musste man also ankreuzen. Ich glaube, es ist immer noch so. Nur geht es jetzt elektronisch. Aber jedenfalls musste man ankreuzen. Ich war nie Mitglied in einer kommunistischen Vereinigung. Ich habe kein kommunistisches Land besucht. Ich habe dies nicht. Ich habe jenes nicht. Und ich will den Präsidenten nicht ermorden. Stand auch drauf. Genau. Bevor wir jetzt die Faktenchecker auf Kontrafunk loslassen, da muss man ganz kurz einhaken. Das hat einen juristischen Hintergrund. Wenn du nämlich bei der Einreise bei deinen Angaben gelogen hast und du begehst dann dort ein Verbrechen in den USA, kannst du aufgrund der falschen Angaben sofort abgeschoben werden, ohne weiteres Verfahren. Und ansonsten kommst du dort ins Land hinein und bist dann dort drinnen. Danke, Gerald Makel, für diese juristische Information. Und jetzt bleibe ich mal gleich auf der Spur. Nämlich, es gibt ja auch eine Weiterung dieses ganzen Komplexes in das Bundesverfassungsgericht hinein. Da handelt es sich jetzt nicht um eine Behörde in dem Sinne, das sind keine Beamten in dem Sinne, sondern die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts wird politisch bestimmt. Das wissen wir alle. Und jetzt ist die Diskussion entbrannt. Die Ampelparteien wollen also verhindern, dass die AfD, wenn sie mal dazu käme, denn die Umfragen sind ja sehr günstig, auch Verfassungsrichter ernennen zu können, also dass das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit ändern können. Und um das zu verhindern, wollen sie also jetzt eine Zweidrittelmehrheit. Das ist so ein bisschen erinnert an Polen, an diese Hakeleien da, ist einfach ein Beispiel für jede Art der Ausgrenzung. Denn wir wissen ja, die AfD bekommt schon seit Beginn nicht den ihnen zustehenden Vizesitz eines Parlamentspräsidenten. Sie bekommen nicht die Ausschussvorsitze, die ihnen eigentlich zustünden. Die AfD-Stiftung, die Desiderius-Erasmus-Stiftung bekommt nicht das Geld, das ihr zusteht. Das wird immer wieder durch kleine Winkelzüge im Bundestag verhindert und so weiter. Ich finde, es ist ja eine Realsatire. Die Parteien, die die letzten 20 Jahre Verfassungsrichter besetzt haben, mit Leuten, die ihnen nahe stehen, stellen sich jetzt hin und sagen, wenn wir es nicht mehr bestimmen dürfen, müssen wir das Verfassungsgericht schützen. Es ist skurril. Man kann es skurril nennen, aber es ist letztlich krasseste Machtpolitik. Und je mehr das voranschreite, desto mehr sehen die Menschen natürlich auch, dass mittlerweile alle Hemmungen und alle Hüllen fallen gelassen werden. Dieses Ränkespiel, um jeden Preis einfach die anderen niederzumachen, das hat ja jetzt eine neue Stufe erreicht, und zwar auf EU-Ebene. Es gab in der Financial Times gerade einen Artikel, der wurde bei uns nicht weiter reportiert. Ich habe jedenfalls kaum Spuren davon gefunden. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Vor drei Tagen gab es ja diesen Gipfel in Brüssel und Orbán. Das haben natürlich alle dann festgestellt. Hat Klein beigeben. Er hat seinen Widerstand gegen die Milliardenzahlungen an dieses Regime, muss man sagen, in der Ukraine aufgegeben. Und man weiß jetzt auch warum. Die Financial Times schreibt es nämlich. Die haben Ungarn mit Wirtschaftskrieg bedroht. Also die EU bedroht ihr eigenes Mitglied mit einem Wirtschaftskrieg. Gerald Makel, Sie haben es sicher mitbekommen. Ich habe es als erster Hand mitverfolgt, denn ich habe hier hinter die Kulissen gesehen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Financial Times hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie behauptet, sie hätte ein schriftliches Strategiepapier der Unionsspitze gesehen, in dem Ungarns Volkswirtschaft systematisch sabotiert werden soll, sollte Ungarn weiterhin die Ukraine Milliarden blockieren. Also mit einem Wort ein Wirtschaftskrieg gegen ein eigenes Mitglied, um einen Schritt umzusetzen, von dem ich überzeugt bin, dass er von der überwältigenden Mehrheit der europäischen Bevölkerung abgelehnt werden will. Eine zusätzliche Skurrilität oder Unglaublichkeit ist, vier Tage vor dem Beschluss kommt in der Ukraine der neueste Korruptionsskandal mit einer Schadenssumme von 40 Millionen Euro, die unterschlagen worden sind. Ein Tageslicht wird also propagiert und fünf Tage später beschließen die Regierungschefs der Europäischen Union, hier 50 Milliarden bis 2027 in die Ukraine zu pumpen. Was die Regierungschefs getan haben, war nichts anderes als eine Hinauszöderung des Kollapses. Und wenn die Ukraine kollabiert, dann rechnen, und ich weiß das direkt aus dem zuständigen Ministerium der österreichischen Regierung von einem Freund, der dort in einem Kabinett sitzt, wie sie rechnen, sollte die Ukraine wirtschaftlich kollabieren mit weiteren 10 Millionen Euro Flüchtlingen. Und das war der Hintergrund, warum alle gesagt haben, lieber nochmal 50 Milliarden reinpumpen, als diese Flüchtlinge zu holen, die wir endgültig nicht nehmen können. Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, war pure Erpressung und schockierend genug, davon liest man in den Mainstream-Medien so gut wie gar nichts. Dieser Financial Times-Artikel wurde so schnell entsorgt, wie er da war. Und da in diesem Titel, den du gerade vorgelesen hast, auch das Wort Currency vorkommt, das bedeutet ja, die haben wirklich einen Angriff auf die Währung geplant, auf die Ungarische, auf den Forint. Ja, ganz genau. Unglaublich. Ich finde also, jetzt über das Verfassungsgericht zum Beispiel, in Ungarn wird ja auch immer gemeckert, wobei in Ungarn die Probleme schon damals sichtbar wurden, die wir jetzt auch bekommen. Inwiefern? Ja, also das Problem in Ungarn ist, es ist eine total gespaltene Gesellschaft. Das heißt, es gibt eine Minderheit von knapp 35 Prozent, die eigentlich diesen Orban-Kurs total ablehnt, in jeder Beziehung. Dann gibt es eine Mehrheit, die hinter der Fidesz von Orban steht. Von 65 Prozent. Genau. Ich war letztes Jahr auf Einladung dieses Matthias-Kolloquiums, also die gilt als Orban, eine Woche lang in Budapest. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten. Matthias Korinus ist das, ne? Ja, Matthias Korinus, genau. War eine total interessante Veranstaltung und ich habe mich auch mit Oppositionellen oder Leuten, die nicht Fidesz-Meinung waren, unterhalten. Und diese Spaltung dieses Landes führte halt dazu, dass die noch nicht mal in der Lage sind, sich über eine Verfassung, die man wechselseitig respektiert, von den Grundregeln her, einigen konnte. Das hat historische Gründe. Werner Patzelt hat darüber ein sehr gutes Buch geschrieben, kann ich nur empfehlen. Worum es aber jetzt geht, ich weiß gar nicht, wie die EU das machen will. Will die jetzt den ganzen Investoren, die in Ungarn engagiert sind, will die jetzt verbieten, dort zu investieren? Na, da muss ich als Unternehmer hineingehen. Das ist ganz einfach. Ich brauche heute nur einen öffentlichen Zweifel der EZB an der Rückzahlungsfähigkeit. Das brauche ich nicht einmal öffentlich deklarieren. Ich brauche es nur andeuten, dass Ungarn Schwierigkeiten haben könnte, eigene Staatsanleihen aufgrund der grazierenden Inflation zu sorgen und dann vielleicht noch den Nebensatz zu streuen. Wir wissen nicht, ob wir Ungarn wirklich stützen würden im Ernstfall. Das würde den internationalen Finanzmärkten schon ausreichen, um ungarische Staatsanleihen zu Ramsch zu deklarieren. So etwas kannst du mit einem Halbsatz in einem Interview machen. Das ist ein direkter Angriff auf den Staat und ich finde es so unglaublich, dass man das auch noch irgendwie erklärt oder verteidigt. Ein Mitglied der Europäischen Union wird von der Kommission der Europäischen Union mit einem Wirtschaftskrieg bedroht, wenn nicht die Ukraine-Hilfe zustimmt. Ich finde es einfach ein unglaublicher Skandal. Nein, der Skandal liegt doch ganz woanders. Nur um das mal klarzustellen. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach geht. Also die Ungarn haben sogar damals die Vor-Rind-Krise nach dem Zusammenbruch des Eurosystems fast überlebt. Also Ungarn ist ja, und das ist der Unterschied, ökonomisch relativ solide. Natürlich kann ich da politischen Druck ausüben. Aber eines muss auch klar sein. Ungarn konnte auf Dauer gegen 27 andere und selbst die Slowakei, die ja mittlerweile einen anderen Ministerpräsidenten hat, der genauso Ukraine-kritisch ist, wie Orban, konnte das auf Dauer nicht durchhalten. Und das eigentliche Problem in Ungarn ist, die rechtswidrige Art und Weise, wie Teile der EU-Kommission Ungarn zum Beispiel von den rechtlich eigentlich zustehenden Mitteln versucht, die zu entziehen. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Also die EU-Kommission mischt sich in die ungarische Innenpolitik ein und versucht auf diese Art und Weise quasi Druck auszuüben, dass die ungarische Innenpolitik geändert wird. Dafür gibt es mir überhaupt gar keine Grundlage. Also da brauche ich noch nicht mal die EZB oder sonst etwas dazu. Ich habe mich wirklich lange Jahre mit Finanzkapitalismus und Finanzmärkten beschäftigt. So einfach wird das nicht funktionieren. Also der Skandal ist, dass man Ungarn seit Jahren systematisch in eine Ecke stellt, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Da kann ich kein Wort dagegen sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich meine nur, bis jetzt in der Vergangenheit hat man mit Scheinargumenten das vorgeschoben. Wenn Sie sich heute die Interviews ansehen, die vor dem EU-Gipfel von TASC, von den Balken, von den europäischen Spitzen der Kommission gegeben worden sind, die haben Ungarn mittlerweile ganz offen gedroht. Sie haben gedroht mit Stimmrechtsentzug, es gibt das Strategie-Pakir. Ich meine, dass man sowas überhaupt schriftlich festhält, zeigt ja schon, wie weit die Grenzen verschoben worden sind. Wissen Sie, das Problem der kleineren EU-Staaten ist dann einfach das, dass Sie sagen, bestrafe einen, erziehe alle anderen. Es entsteht hier etwas, was am 9. Juni rückgängig gemacht werden muss, denn hier ist ein Apparat geschaffen worden, der Druck auf Mitglieder macht, die sich gegen den Kurs stellen und zwar mit guten Argumenten gegen den Kurs stellen. Ja, aber wie gesagt, also man muss einfach auch verstehen, wo die eigentliche Konfliktlinie liegt. Ich glaube, diese 50 Milliarden Paket der EU an Ukraine ist grundsätzlich erstmal sinnvoll, wenn man sich auch die Konditionen so ein bisschen ansieht. Bezahlen müssen wir sowieso, auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Krieg noch sehr lange dauern kann, wenn die Ukraine politisch, ökonomisch, sozial und militärisch überleben soll. Aus welchem Grund müssen die europäischen Bürger mit ihrem Steuergeld die Pensionen und Gehälter der ukrainischen Staatsbeamten, weil das passiert mit diesem Geld. Mit diesem Geld werden einerseits die laufenden Zahlungen unterstützt, die die Ukraine braucht, um ihre Staatsbediensteten bezahlen zu können und andererseits, und das ist ja die zweite Geschichte, wir bezahlen damit die amerikanischen Land-and-Lease-Waffen. Also das ist der Skandal im Skandal im Skandal. Aber jetzt kommen wir zur Kernfrage zurück. Warum muss der europäische Steuerzahler für die Ukraine bezahlen? Genau den Grund hatten Sie glaube ich selber genannt. Niemand hat ein Interesse daran, dass die gesamte Ukraine kollabiert. Und natürlich ist die Ukraine hundertprozentig abhängig von westlicher Unterstützung. Genau. Damit selbst elementare Funktionen in diesem Land noch passieren. Wir können ja kein Interesse daran haben, dass die Ukraine zusammenfällt wie ein Soufflé, das man aus dem Ofen nimmt. Genau. Also das ist völlig unabhängig davon, wie ich jetzt die konkrete militärische Situation, politische Situation oder sonst was. Das ist ein unmittelbares Interesse der EU und damit auch von uns als Deutsche. Weil wer will denn eine große Massenbewegung von zehn Millionen Ukrainern nach Deutschland haben, sollen die auch noch Bürgergeld kriegen wie die 1,2 Millionen, die schon hier sind oder was? Hundertprozent d'accord. Aber wir hätten ja eine Alternative. Die Alternative lautet, wir bezahlen die Ukraine. Wenn wir der Ukraine bezahlen, dann sind wir auch so weit, auf die Ukraine Einfluss zu nehmen, zu sagen, jetzt setzt euch gefälligst hin und verhandelt einen Frieden. Das ist nämlich die Alternative. Dann kollabiert die Ukraine nicht. Dann können wir über Wiederaufbau reden. Aber gleichzeitig zu sagen, es ist alternativlos, dass wir Geld hineinpumpen, weil wir müssen ja der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Und ich glaube, niemand von uns und niemand von den Hörern draußen glaubt noch eine Sekunde daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Ich will nur einen Tipp geben. Selbst Henry Kissinger hat das bei den Südwirtnamesen nicht geschafft, denen einfach zu sagen, ihr setzt euch jetzt dorthin und verhandelt, Gefäll ist. Und das war noch ein anderes Verhältnis zwischen Südwirtnam und den Vereinigten Staaten damals. Nur so als Hinweis. Okay, das ist sicher ein Punkt. Ich glaube, Peter Brenner wollte die ganze Zeit schon mal was sagen. Ach ja, das hat sich fast erledigt. Ich bin ja so ziemlich der einzige Mensch in Deutschland, der überhaupt nichts von der Ukraine versteht. Deshalb will ich da auch nicht allzu viel dazu sagen. Aber immerhin so viel doch, dass man ein bisschen darauf achten soll, wo sind unsere eigenen Interessen. Also besinnungslos die Ukraine unterstützen in der Hoffnung, einen Kollaps zu vermeiden, das hilft uns nicht weiter. Also ich würde jetzt nicht darüber nachdenken, wenn ich jetzt in der Regierung wäre oder in der EU-Kommission, wie rette ich die Ukraine, sondern wie verhindere ich, dass deren Kollaps auf uns zurückwirkt. Da können Geldzahlen sinnvoll sein, aber ob die 50 Milliarden da ausreichen werden und Sie haben es ja angedeutet, wo die versickern werden, das wissen wir nicht und ich glaube nicht, dass dieses Geld gut angelegt ist. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Laienmeinung, einfach eine Meinung, die von der Überlegung ausgeht, was geht uns das Ganze an? Es geht uns was an, aber wir müssen präzise bestimmen, was es uns angeht und wie wir da einwirken können. Ich glaube, da ist Orban um eines geschickt, um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Der weiß sehr genau, wie er die Interessen seines Landes vertreten kann. Da ist er auch mal zum Kuhhandel bereit und leider fehlt uns und Politikern gewisse Grundbegabung im politischen Handeln. Also mit der Zahl von 10 Millionen Flüchtlingen ist ja im Grunde schon alles gesagt, was uns da angehen könnte. Ganz zum Schluss, weil wir beim Thema Migration dann wieder gelandet sind, Sie haben ja sicher alle mitbekommen, dass es jetzt diese Bezahlkarten geben soll. Das war ja auch ein Beschluss, der dauert wie immer in Deutschland wahrscheinlich ein paar Generationen, bevor das umgesetzt wird und dann wird die technische Infrastruktur auch versagen. Aber der kleine thüringische Landkreis Greiz hat das schon mal vorgemacht, wie es geht und die haben also eine Bezahlkarte statt Bargeld für Migranten eingeführt. Super, zunächst mal, hat ja auch gewirkt, einige Migranten sind angeblich schon weitergezogen deswegen, weil wenn nicht Cash auf die Kralle, dann bringt es das nicht. Aber ich habe mich dann auch gefragt, was ist eigentlich der nächste logische Schritt? Karte dann auch für Bürgergeldempfänger, Karte auch für Rentner, sind all diejenigen, die jetzt noch sagen, ja das ist super mit der Karte, da dann bereit mitzugehen? Wie sehen Sie das? Diese Bezahlkarte ist ja Augenwischerei, nicht? Die gilt ja nur für Asylbewerber. Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, das was meistens anderthalb, zwei Jahre dauert, je nach Bundesland, bekommen die auch ihr Bürgergeld wieder bar ausgezahlt. Also die wenigen, die man damit jetzt abhalten kann, das waren ja offensichtlich überwiegend Europäer, die da wieder zurückgegangen sind, die das mal schnell mitgenommen haben, solange es problemlos ging. Natürlich hat das einen gewissen Effekt, das ist völlig richtig, aber man soll sich da nicht einreden lassen, das sei jetzt das Mittel gegen Asylbetrug, denn da wird auch demnächst das Verfassungsgericht wieder einhaken und das als Menschen unwürdig betrachten oder beurteilen. Wie gesagt, es geht nur anderthalb oder zwei Jahre, dann steht denen wie jedem anderen auch Bürgergeld zu und dann ist die Sache sowieso erledigt. Also man muss nur durchhalten, das weiß man auch. Warum ist die Sache dann sowieso erledigt? Wir haben den interessanten Fall in Österreich, damit wir zum Schluss wieder ein bisschen Humor hineinbringen. Unser amtierender Bundeskanzler hat uns vorige Woche mit einer Österreich-Rede und einem Österreich-Plan überrascht, in dem er, seine Partei ist übrigens 37 Jahre lang ununterbrochen in der Regierung, uns erzählt hat, was er tun würde, wenn er in die Regierung käme. So weit, zu skurril und in dieser Rede war ein von den Rechten von der FPÖ übernommener Vorschlag, dass es die vollen Sozialleistungen ohne Gegenleistung, das heißt ohne freiwillige, soziale oder verpflichtende Tätigkeit, nur geben kann, wenn man mindestens fünf Jahre im Land gelebt hat. Das würde sogar dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen. Man könnte das verknüpfen und das wäre der erste Schritt in die Richtung, das Ergänzung der Bürgerkarte zu sein, denn es ist eigentlich nicht einzusehen, das ist ja das, was die meisten Menschen aufregt, dass Menschen hier nach Europa, speziell nach Deutschland und Österreich kommen, in ein Sozialparadies und dann in der Sekunde, wo es heißt, du bist hier aufenthaltsberechtigt, die gleichen Leistungen bekommt, obwohl er noch keinen Euro ins System eingezahlt hat. Das ist aber deutsche Rechtsprechung, das ist unser deutsches Verfassungsgericht, da kommen wir nicht dran vorbei, das ist in Österreich offensichtlich anders. Das deutsche Verfassungsgericht garantiert unter Berufung auf die Menschenwürde, dass jeder, der auf deutschem Boden lebt, einen Anspruch auf 532 Euro nämlich Existenzminimum hat. Das kann man im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz ein bisschen nach unten 20 oder 30 Euro kalibrieren, aber wir kommen an dieser Menschenrechtswürde Rechtsprechung in Deutschland nicht vorbei. Nur damit das klar rüberkommt, ich spreche nicht über die Höhe, ich spreche über die ohne entsprechende Gegenleistung. Wir haben gewisse Grundsätze der Sozialstaats, die haben sich ja eigentlich in den letzten 70 Jahren auch bewährt. in Deutschland, ich weiß nicht, ob das die Österreicher machen wollen, aber die Österreicher gehören ja nicht zu Deutschland. Die waren aber nicht für die Asylmigration gedacht. Nein, der Unterschied ist doch einfach der, was ist der Reiz an dieser Karte? Also das finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich. Also die Kritiker solcher Karten sagen ja immer, es gibt gar keine Pull-Faktoren. Also die spielen überhaupt keine Rolle, warum jemand nach Deutschland kommt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also wenn jemand nach Deutschland kommt und die haben häufig gute, schlechte oder was der Teufel was für Gründe. Ich glaube, die meisten haben gute Gründe, die wollen einfach ihr Leben verbessern. Wer will das nicht? Und wenn diese Menschen jetzt nach Deutschland kommen, dann müssen die sehr viel Geld investieren, um überhaupt bis zu uns zu kommen. Die können ja nicht einen Bindiglinienflug in Kabul buchen und sind dann zehn Stunden später in Frankfurt und das Ganze kriegen sie dann für 89,90. Und dieser ganze Aufwand, das ist eine Investition. Also man investiert in diesen jungen Mann, der dann nach Deutschland kommt und erwartet dann natürlich, dass sich diese Investition auszahlt. Und das erlebe ich jeden Tag selbst im Kontakt mit solchen Menschen. Zum Beispiel Afghanen, die sind extrem sparsam, um Geld nach Hause zurückzuschicken. Weil die haben natürlich ein Loyalitätsempfinden und auch eine Verpflichtung gegenüber ihren Verwandten zu Hause. Und mit der Karte fällt dieser Anreiz weg. Weil sie können da nicht mehr sparen, sie können nur ihren unmittelbaren Lebensunterhalt finanzieren. Es gibt immer ranstellen und seine Lebensmittel für die Hälfte verticken. Oder Drogenhandel betreiben. Ja, und es wird auch natürlich dann Menschen in die Kriminalität zwingen. Das ist eine logische Folge von solchen Strukturen. Das wird man nicht verhindern können. Aber ich nehme einen Anreiz weg. Und die zweite Punkt, es ist natürlich aberwitzig jetzt auf die Idee zu kommen, dass man allen Sozialhilfe Empfängern in Deutschland, Rentnern, Arbeitslosengeld Empfängern jetzt auch so eine Karte gibt und den damit praktisch den gleichberechtigten Zugang zu dieser Gesellschaft verweigert. Das sind völlig unterschiedliche Sachverhalte zwischen unserem Sozialstaatsprinzip und zwischen dem Umgang mit dieser Migrationsproblematik. Da haben Sie recht. Also ein Afghaner hat keinen Anspruch auf deutsche Sozialleistung, aber er hat einen Anspruch darauf, hier seine Existenz, sein Überleben sichern zu können. Ob er das über Geld machen kann, Kriminalität zwingen, musste ich schmunzeln. Also wir wollen wirklich keine Migranten in Kriminalität zwingen. Nein, das wollen wir nicht. Jeder Kriminologe weiß, was damit geht. Ja, ich gebe jetzt meine eigene Humornote noch hier zum Schluss mit hinzu. Ich bin froh, dass Sie zumindest uns nicht vorwerfen können, Herr Lüberding, Sie hatten es mir am Anfang gesagt, es ist immer so langweilig, weil alle einer Meinung seien hier beim Kontrafunk in der Sonntagsrunde. Das war am 4. Februar 2024 mit Peter J. Brenner, Frank Lüberding und Gerald Makel. Ich danke Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Zuwendungen und auch wenn es nicht mit Geld ist, dann können Sie den Kontrafunk dadurch unterstützen, dass Sie Werbung für uns machen, Werbung für die Stimme der Vernunft, der Freiheit und des Mittelstands und für ein Radio frei von Lügen, Humbug und Gedudelt. Sie können alles mögliche Werbematerial in unserem Shop bestellen unter shop.kontrafunk.rad So und jetzt lade ich Sie ein mal unseren neuesten Zuwachs anzuschauen, Winterswoche zu finden auf unserer Webseite unter Kontrafunk und Fernsehen. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen guten und heiteren Sonntag. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.